Das sag ich Ihnen gleich im Fall, dass Sie mich ansprechen wollen, da brauchen Sie sich gar nicht anstrengen, weil bei mir geht nix. Gar nix, Fräulein. Aber schon überhaupt nix. Ja, aber man sagt doch, ein bisserl was geht immer. Ja, aber bei mir nicht, weil ich einen festen Freund hab. Überhaupt bin ich nicht so eine, die sich auf der Straße ansprechen lässt. Ich wollt Sie ja gar nicht ansprechen, Fräulein. Ich wollt Sie ja bloß fragen, ob wir nicht vielleicht eine Tasse Kaffee miteinander trinken wollen. Eine Tasse Kaffee? Nein. Ja, dann gehen wir gleich was essen, Fräulein, dass wir vielleicht was Schönes miteinander Abendessen in einem schönen Restaurant. In einem schönen Restaurant? Nein, halt nicht. Ja, wann dann? Ein anderes Mal vielleicht. Ja, vor allem gerne ein andermal, aber wie, wo? Also, ich mein, wenn Sie mir vielleicht Ihren Namen und Ihre Adresse geben. Nein, lieber nicht. Das ist mir zu gefährlich. Ja, Fräulein, wie finde ich Sie denn wieder? Ja, mei, da müssen Sie mich halt suchen, wenn Sie so scharf drauf sind. Ja, gerne. Aber wie? Aber wo? Ja, gerne. Aber wie? Aber wo?